Was geht YouTube und herzlich willkommen zur achten Episode Road to Pro in Fortnite. Der nächste Tag ist angebrochen, ihr seht das Tageslicht zum ersten Mal im Zimmer. Und wer hier natürlich auch am Start ist, ist natürlich der Sweezy. Yo, was geht? Und wir haben uns gerade eine Runde Solo jeweils eingespielt. Ich bin 16 halt mal hingeworden mit drei Kills. Und was hast du für eine Platzierung erreicht? Ähm, 98? Nicht was? War schon ganz gut. Ist okay für die Einführrunde. Okay, weil ich bin mittlerweile auch schon so mit dem Looten und so viel schneller geworden. Und weißt du, wo ich richtig gerne runtergehe? Schwifty Shweps, Alter. Der ich schwör, da geh ich echt gerne runter. Wir hatten einen echt guten Loot gestern Abend dort. Wollen wir direkt Schwifty Shweps gehen? Ja klar, du hast ja gesagt, du gehst ja gerne runter. Also, dann geht's los. Masi ist wahrscheinlich nicht dabei heute, weil er wahrscheinlich erst um 17 Uhr heute aufstehen wird. Das hab ich mir eh schon gemacht. Ich wusste, da ist die Kiste. Glaubt ihr noch jemand anders? Ich weiß nicht. Okay, ich geh jetzt hier runter. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hab auch nicht drauf geachtet. Vom Busch, man. Okay, gell? Bist du das? Ja, okay. Ja, ja. Ich war so, mit der Shotgun ready to go. Naja, ich hab bis jetzt noch gar nichts. Brauchst du die Shotgun? Nee, oder? Nee, nee. Die Standard. Ja, okay, perfekt. Ich hab eine. Aber also das hier nehme ich lieber die grüne. Und grüne AR, gönn dir. Ich hab sie so wegge... Und das Medipack. Hier ist jemand unten unten. Hier ist ein Gegner. Ja, ja, ich seh ihn. Komm her. Wo ist der denn? Ich seh ihn nicht. Er ist gelaufen hier. Ich hab... Er ist hier, ja. Warte, warte, warte. Er läuft raus. Ja, ich bin hinter ihm. Ich bin bei ihm. Warte, 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 warte. Ich wollte ihn. Er hat sich hochge... Warte. Er hat nur ein Ding, jetzt er hat keine Waffe. Ja, ich hab ihn eh. Ich hab ihn zählt. Okay, er ist niedergestreckt. Moment. Wo ist denn ein Homeboy? Eben wie ein Hurensohn hatte ich grad wirklich. Ganz hier rum vor dem. Denkst du an, sein Kollege wird gleich kommen, ne? Sehr gut. Er hat sogar einen Trank gehabt, der Grund. Ey, ja, er ist hier. Hey, warte, ich hab aber einen Kill bekommen. Ja, weil ich ihn beendet hab. Hab ihn, den anderen. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Hab beide. Nice. Oh mein Gott. Er macht alles. Nice. Okay, sehr schön. Ja, gönnt ihr den Ding sich. Ich muss mir kurz ein Medipack gönnen, weil ich so getrost hab. Ich würde sagen, das war ein guter Anfang. Dreck mal drei Kills hier. Ja, kann man mal machen. Warte, ich hör noch Schritte. Ich weiß nicht, ob du das bist. Ja, doch. Ich glaub schon. Ich hoffe es. Oder? Ich weiß nicht. Aber mein Loot ist noch nicht so gut. Nicht? Ja, meiner auch nicht. Ich hab einfach drei Menschen gekillt, die nur ihre Spitzhacke in der Hand hatten. Ich lieb es. Ich muss ein bisschen Material sammeln. Fällt mir da drauf. Ich muss mir noch angewöhnen, die nicht immer kaputt zu schlagen. Ist eigentlich ganz okay, wenn die ganze Map das sieht. Ja, ist gut? Ja. Boah, ich liebe es, wenn so ein Baum so eine Stunde rumballert. Oh, ich hab so gejoggt, Mann. Ich dachte... Ja, 150 reicht erstmal, oder? Ja, passt. So, okay. Wenn ich jetzt auch noch lernen würde, schnell zu bauen, das muss ich mir auf jeden Fall noch aneignen. Ich kann ja nicht mal eine Treppe bauen. Ich brauch dafür sogar eine halbe Stunde. Ja, das wird schon. Ich glaube, es ist schlau, sich die Treppen auch so zu legen, dass die direkt gebaut werden. Ich glaube, Treppen braucht man am meisten. Ja, aber ich hab oft auch einfach nur die Wand davor direkt, weißt du, weil wenn man angeschaut, da oben ist noch eine Kiste. Und die blaue AR? Die ist deine. Warte mal, ich leg dir die grüne... Warte, komm mal her. Nimm die hier. Ähm, und welche nimmst du? Die blaue. Oh, die ist mit Visier, diga. Scheiß drauf. Ich weiß auch, wie der Visier meister. Ja, stimmt. Und dann krieg ich jetzt eine Scar aus der Kiste, dann ist doch eh alles gut. Dann gönn dir den Drank. Dann hab ich 100 Schild. Okay, hier ist noch eine normale AR. Okay, bist du rausgegangen? Ja, ich bin draußen. Paar blaue Haken verteilen? Ja. Oder kassiert man eher blaue Haken? Ja, man kassiert eher. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das letzte Mal richtig heftig blaue Haken auf Instagram kassiert habt, wo ihr euch so richtig so dachtet... Auf Instagram? Äh, auf WhatsApp. Und wo ihr euch so dachtet, so, bruh. Ja, aber auf Instagram hätte ich gerne einen blauen Haken kassiert. Aber nicht auf WhatsApp, Digga. Stimmt, Digga. So blaue Haken sind so unterschiedlich. Oh, da ist eine Kiste direkt. Hört alles eigentlich schon gelootet. Na, das ist aber eine Kiste in der Hundehütte. Dann haben sie nicht sorgfältig gelootet. Ja, ein bisschen Material, aber... Die Tür ist auch noch zu. Oh, warte, jetzt noch ein Ding. Oh, warte, 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 warte. Ich hab keinen Platz. Nicht, nicht mehr für ein Schildi? Nee. Dann trink ihn doch schnell. Ja, ich hab da schon 50. Ja, stimmt. Ich hab irgendwo grad einen Sniper-Schuss gehört von irgendwo. Ja, nicht auf uns, oder? Nee, aber trotzdem irgendein Gegner. Ich hab da hinten auf S. Parayog? Ja, schon. Heißt das kein Geld, ja, ne? Ja, ich hab schon. Bin oben auf dem Gebäude. Ja, safe. Das Ding ist, ich hab halt gerade echt nur eine AR für Range und ich bräuchte... Ja, ich kann dir die andere droppen, also die nicht automatisch. Achso, ja, das wär gut. Na, warte, ich komm runter. Ich komm hinter das Haus. Oh, guck mal, wir sind perfekt gelaufen. Guck mal, wie denn die Zone... Warte. Die liegt hier hinten. Mhm. Die Zone ist echt wirklich perfekt. Nur wir haben halt eigentlich so... ...so den guten Loot. Nee, komplett nicht gut. Ich hab ein Medipack noch zum heilen, du. Ja, ich hab 10 Verbände. Mein Gott, Digga, können Gegner mal kommen. Ja. Der Sniper schluss was safe auf uns. Ja, aber... Oder? Von N, glaub ich, irgendwo. Ja, von NO. Warte, ich hör, glaub ich Schrifte. Ja, ich geh runter aus dem Haus, Digga. Ich will da oben nicht chill. Ja. Der ist nicht so heftig, glaub ich. Hier ist so ne lila Pistil. Ja. Hat sich überlegt, grad, wo wir hin können. Eigentlich können wir uns aus Sweezy Groove verpissen, Digga, weil hier... Oder... Aber es wird doch hier eh das Finale stattfinden. Können wir uns auch ne Festung bauen. Wollen wir hier mal in die Halle laufen, hier? Oder ich baue mir gleich ne Einzimmerwohnung schnell. Einzimmerküche, Bad, oder? Ja. Stabil. Ich seh eh nix mehr, Digga. Wir brauchen, ja. Da hinten, da hinten, Gegner, Gegner, Gegner. Warte, 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 ich muss... Ah, ich seh sie. Auf dem Schrottplatz. Ich weiß nicht, ob ich schießen soll, Mann. Angeltet, angeltet. Das ist so einer, der baut direkt um seine Motus hier. Oben ist der andere. Ja, oh, zurück, zurück. Ich hau... Ne, 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 seh ich gar nicht ein, das zu pushen, Digga. Ich verpiss mich so. Ich mach so den Pussy-Modus, mir so egal. Ich seh jetzt gar nicht ein, hier zu sterben. Und wo noch, Digga? Ja, ich komm mit. Ich hab 100-100, ich kann eigentlich alles challengen, was ich will. Sag ich jetzt, kassier gleich so ein Snide-Fower und Hit. Bau das mal neu. Ja. Weil das hier voll kaputt ist. Achso, ich dachte, du willst hier bleiben. Okay, die haben jetzt den übelsten Gunfight am Start. Ja. Hier ist noch eine blaue AR. Ja, und noch die grüne normale. Die nehm ich, glaub ich. Da hätt'n's ein Loot-Ballon, wir könnten den eigentlich snacken gehen. Welche Richtung? Der ist nicht so weit. Äh, O. Okay. Da ist auch noch einer, links, rechts. Gegner oder Ballon? Ballon. Ja, der ist direkt vor meiner Nase. Können wir uns jetzt den Win holen, das wär richtig nice. Oh, ja, okay. Ja, hör doch auch zu snipe, meine Fresse. Ah, okay, jetzt weiß ich, wieso die hier snipen, weil die absolut einen Loot-Ballon da hinten wollen. Die kriegen sich gerade, siehst du's? Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, mein Freund. Ja, aber da hinten, der ist so weit weg. Nee, aber der hier unten ist nicht weit weg, Digga, der ist jetzt der Freakill meines Lebens. Aber da hinten rechts stretten die schon echt heftig. Ja, ich hab' den einen eliminiert. Ist der rechts, ja, okay, aber rechts sind noch die anderen. Oh mein Gott, ich hab' einen so halt angeschossen, ich muss hier weg. Warte, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Hab' den auch gut? Hab' den auch gut? Ich glaub, ich hab' einen anderen aber angeschossen. Warte, 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 ich muss gucken, dass du nicht von links... Ich komm' zu dir, warte. Ja, Digga, er baut sich direkt ne Festung. Nein, ich seh' nicht mehr, ich hab' ihn so heftig angeschossen. Warte, ich soll' ich hier, warte, warte, warte. Ja, da links, ich seh'n. Er läuft zurück, er läuft zurück zu seinem Mail. Ja, er baut sich zurück, Digga, scheiß auf die. Ja, scheiß drauf. Warte, 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 wo bist du? Hier, komm mal her, warte. Ja, ich bin von Bullard, Digga, danke. Ich laufe wieder zurück und geh' mich erst mal heilen, Digga, weil ich da auf dich geraten hab. Ich wollte dir noch Trank geben. Ja, warte, lass' es gleich machen. Schuhstecker, ich hab' richtig Angst. Ja, in der Stadt sind auch Gegner, da hinten auch weh. Ja, ich seh's. Ja, ich weiß, was wir jetzt machen, Digga, warte. Wir hauen einfach ganz, komm mit. Wir laufen jetzt einmal links herum um die Zone. Bissen uns erst mal aus der scheiß Stadt, Digga. Weil das nicht so, lass' aber Ding ins, Digga, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also lass' mal, ich will mir noch kurz ein paar... Ach nee, ich hab' ja volles Leben. Ich bin... Lauf, 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 lauf hier ins Haus. Oh, ich hab' die Tür zugemacht. Die sind weit weg... Geht so. Warte, ich geh' hoch. Ich seh' sie. Ja, ich seh' sie auch auf dem Högel. Ja, wo sind die jetzt genau? Äh, weggelaufen, 60. Einer ist weggelaufen. Ja. Bist du hier, bist du offen da? Ja, ich bin oben. Die Zone kommt gleich, ne? Okay, wir haben... Aber wir sind... Wir sind in einem guten Winkel. Ja, ne, komm, lass' laufen, Digga. Das hier ganz links. Ja, lass' ob wir immer am Rand laufen, weil da auch noch Gegner campen könnten. Hier in die Halle vorne gehen, oder? Ja, wir können die schon abchecken kurz. Ob da irgendjemand schimmelt. Und jetzt wegen der Halle sterbe rast ich aus und schreie so rum. Kann ich noch ein bisschen lauter reingehen? Ach, hier ist man in der Zone sogar, in diesem Raum. Ach ne, es fehlt ein Meter. Ja, warte, wir haben jetzt kurz Zeit. Ja, wir können diese große Halle hier... Ja, da ist doch safe das Finale, Digga. Ja, genau, ey. Hä, buckt das bei dir auch so? Ja, what the fuck. Ja, weil wir uns umgestellt haben, Digga. Digga, die ganze Halle ist einfach quasi gone. Ja. Okay, warte mal, dann lass' uns da nicht hin. Ja, aber ich will da jetzt rein haben, in der Beutung. Okay. Ah, ja, Gegner, Gegner direkt auf SO. Äh, in diesem Turm da. Ja. War mit? Ich hoffe einfach nur, keiner ist in der Halle jetzt. Es müsste ja immer noch ein Viereck sein, du hast keinen Raketenwerfer, oder? Nee. Er ist drin. Da hinten der Trank und so sieht's schon leichter aus, die blaue Shotgun. Hast du genug Money? Wie viel Money hast du? Ja, genug. Wollen wir draufballern? Hm... Ich weiß nicht, macht man das so? Ähm... Drei Gegner, Digga, ne? Achso. Das könnte mein erster Win in Fortnite werden, Digga. Drei Gegner, dann... Dann einer ist alleine und nochmal zwei. Ja, der oben baut immer noch. Hätte ich zugebaut. Ich glaub, dass die anderen da hinten sind, Digga. Hätte ich zugebaut, der Typ. Ich glaub, die sind auch 105 da hinten. Parajock, Digga. Ich hab keinen Bock, dass einer von hinten jetzt kommt, Digga. Die Halle ist so eklig, sieht die aus, Digga. Wie ein Wackelpudding. Der baut da die ganze Zeit, Digga. Ich weiß halt nicht, wo die anderen sind. Und ich hätte so Bock auf die Schülle, Digga. Ich hab 30 Stahl. Soll ich hier mal was aus Stahl bauen? Warte, drop mir das kurz. Warte mal, ich könnte hier so zum Beispiel... Warte, ich mal was so... Ja. Bau vielleicht eine Wand so, dass wir nicht von der rechten Seite abgeschossen werden können. Das ist auch hinter uns. Ich mach das mal so links, rechts. Ja, perfekt. Ich hab jetzt auch keins mehr. Ein Familienhaus. Ja. Der Typ ist da halt drin. Wir müssen gleich wieder moving nach rechts. Aber der muss auch moving, oder nicht? Warte mal. Auf den Berg. Von oben, von oben. Weg hier, weg hier. Ja, lass die Zone laufen. Direct. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Lass sie runter. Komm mit. Oh Gott, Digga. Ich hör die Rakete, siehst du so laut. Ja, wir haben auch nicht mal ne Sniper oder so, Digga. Das ist echt belastend. Okay, warte. Aber ich hab... Warte, warte, ich bin hab gechockt. Ey, die bauen sich runter, die bauen sich runter. Na fuck, die haben so die Power Position, Digga. Ich hab nichts mehr zum bauen. Ja, du bleibst doch. Ich muss kurz die Bäume fällen gehen. Ja, der... Ich war ja da oben die zwei. Hab ihn angeschossen. Warte mal. Da oben die zwei und links der eine, Digga. Ja. Ich bin down, fuck man. Ich baue so in Ruhe den Baum ab. Der will mich niederstrecken, logischerweise. Ja, fuck off, Digga. Mein Gott. Digga, wie viel Muni haben die denn, die ballern da so drauf? Aber Digga, sind die in der Zone? Ja, ich glaub, die sind genau in der Zone, Digga. Ja, ich hab nichts mehr zum bauen. Das ist so belastend, die scheiß Ressourcen. Okay, warte, lass mich. Okay, warte. Okay. Ja, ich hab nichts zum bauen und die ballern mich so ab, Digga. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott, Sweet. Das ist so krank, Digga. Ja, nur noch zwei. Nee. Drei. Der eine Einzelne ist immer noch unterwegs. Wir hätten links laufen müssen, Digga. Vielleicht will der ja mit mir spielen, der Typ. Der Typ wird jetzt von der Zone eh aufgegessen. Der ist eh schon safe gelaufen. Da hinten ist er doch. Ja, aber die schießen da natürlich auf mich und ich auf den da unten, Digga. Aber egal, das war eigentlich ne ganz gute Runde. Man, wir hätten so Pech, Alter. Ja, wir hätten auch gar keinen Loot, ne. Wir hatten halt gar nichts, Digga. Ja. Aber wir sind zerstört, Digga. Wir sind zerstört. Ich bin schon gequältet, Digga. Mein Ego.